Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Bonny's Love. Der Bonny's Love ist ein frischer, aber nicht zu unterschätzender Cocktail, der es einem sehr schnell zeigt, wie viel man denn vertragen kann. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Drambür, 2cl frisch gepresster Orangensaft, halbtrockener Sekt, Scheibe Orange. Folgende Utensilien werden benötigt. Longdrinkglas Zubereitung Alle Getränke müssen eisgekühlt sein. Drambür und den Orangensaft in ein Longdrinkglas geben. Mit Sekt auffüllen, mit einer Orangenscheibe garnieren, sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! 8klníft Nöhn 40 40 40 66 68